Er nimmt die Tasse mit auf die Bühne. Er nimmt 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 die Bühne. Und das, was ihr wohl gelernt habt bei Tom, könnt ihr hier wieder einsetzen. Hey, Stimmung, Münster, 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 wo seid ihr, hier? Ihr habt noch mehr. Schöp, Dicke, Schöp! Schöp, Dicke, Schöp! Und jetzt alle in die Kamera gucken! Mach die Kamera aus! Nein, nein, warte! Aber ey, uns nimm den Stroh, bitte zuerst, raus und dann! Wir können umruhren mit dem Stroh! Randalen im Backstage! Rostig! Heftig, heftig, heftig! Wie laut die waren am Ende! Was mit dem Schreiben, was ihr euch immer machen? Das muss ich immer machen! Das mache ich immer nur, wenn ich richtig Bock habe! Das macht Dicke, Schöp! MDR 2018